Na dann, auf ins Bonus-Chapter. Seid ihr bereit für mehr stumpfe Monologe? Ich bin's auf jeden Fall. True Evil? Wow. Fängt super an. Mikrofülle. Ich bin's auf jeden Fall, mit ein paar Konstabeln. Es gab niemanden, sogar die Servanten sind weg. Wir schauen uns die Haus, und es sah wie sie in einem Moment sind. Das war sehr strange, aber was wir in der Haus gefunden haben, war der wirkliche Schocker. Wir hören uns, Jaden. Ich habe die Matilder, und habe sie gesehen. Es ist, dass sie die Arschie war, die ganze Zeit. Sie hat eine Hand in fast alles, was passiert. Was? Dammit, wir müssen sie sofort verraten. Oh, nein. Hier sind wir, Jaden. Das ist sehr kalt, sogar für eine Mountain-Town in der Nacht. Detective, die Brücke ist verraten hier. Wir könnten versuchen, diese Brücke zu verraten und es als eine Schiff-Bridge. Aber wir brauchen eine Schuss. Wenn das was es braucht. Einmal etwas Schmerz ist hier, ich kann es fühlen. Eine Schmerz, Herr? Ich würde nicht gerne gehen für ein Pint selbst. Jaden, was ist das Problem mit dir? Wir sind nicht hier für Bier. Ich dachte, er stellt sich jetzt einfach vor den Baum und guckt den Baum an. Das hätte ich auch sehr gut gefunden. Ist das hier links nicht die Hütte von James Bond? Haben die hier nicht Skyfall gedreht? Wenn die Kamera jetzt ein bisschen weiter nach links schwenken würde, da steht, glaube ich, der Ersten Martin. Sind wir nun der nervige Detektiv? Oh ja. Ich habe keine Ahnung, warum. Warum wir jetzt im Bonus-Kapitel unbedingt den Charakter spielen müssen, der im Hauptspiel exakt nichts gemacht hat. Aber hey, zumindest wissen wir bei ihm, dass er Hände hat. Gucken wir mal. Wir brauchen hier eine Säge. Natürlich. Die Brücke ist kaputt. Da haben wir einen Wagenheber. Da brauchen wir einen ziemlich großen Korkenzieher. Wir gehen mal in die Hütte. Oh, wow. Hold on. Sind das nicht die Dinger aus dem ersten Teil? Wie? Is that could it be? Oh, man. Ich dachte, da kommt ein bisschen mehr. Seems like someone was here not long ago. Echt, meinst du? Okay, wir heben das Ding mit dem Teil an, nehmen die Säge. Hier fehlt was. Wow, es blinkt sogar das Teil auf, das fehlt. Fantastisch. Für die ganz dummen Leute. Okay. Cool. Im Leben kriegst du mit der Säge den Baum nicht durch, Alter. Easy. Does it. Oh. Great. We can get across now. Just be careful. Please. Thank you, Detective. Bitte fall runter. You too, sir. I'll do my best. Oh, please. Hey, ist er wirklich runtergefallen? Zumindest, dass ich... Also, er ist weg. Mosaikteil. Okay, er fehlt ein Geflügel von der Windmühle. Vollkommen klar. Um... If you'll pardon my question, sir. Thinking about all those times I've let you down, why haven't you fired me yet? Oh, you'll be surprised, Jane, but I used to be a clumsy greenhorn just like you when I was starting out. I keep you around because I see myself in you. You mean, one day I could become a great detective just like you, sir? That's up to you. And I'm not great. I'll do my best, sir. Now is a good time to start. We have to get going. Yes, sir. Alter. Du warst nicht nur mal ein unbedarftes Greenhorn. Du kannst jetzt immer noch nichts. Keine Ahnung, wer dich befördert hat. Du Kacktulpe, Alter. Der Fuchs ist ganz knuffig. Können wir den mitnehmen? Oder können wir den spielen? Das ist bestimmt spannender. Wir brauchen Münzen. Das Fchen macht mir ein bisschen Sorgen. Ein Spiegel, ein Gürtel und ein Bügeleisen. Ein Elchkopf. Ein Elchkopf. Hier hin. Ein Iron Jar. Ist ein Jar, nicht eigentlich ein Glas? Also ein Eisenglas? Was? I don't get it. Ähm, Bananas. Wir brauchen Bananas. Hier oben. Äh, Shell. Wie eine Muschel? Oder wie eine Shotgun Shell? Oder? Wir brauchen auf jeden Fall Seil und noch einen Frosch. Das ist nicht das Iron Jar. Das ist halt einfach kein Iron Jar. Das ist halt ein Krug. Ah, äh, okay. Whatever. Wir brauchen noch ein Meerschweinchen und einen Fisch, die irgendwo drunter, hinter... Sonst wo sind? Hier ist das Meerschweinchen. Komm raus, Bitch. Okay. Ich verstehe. Es folgt meinem Mauszeiger. Aber wenn es den nicht... Okay. Ich hab offiziell draufgeklickt, aber das geht so nicht. Verstehe. Gott, das ist bescheuert. Stehen Meerschweinchen auf Käse? Vielleicht ist es auch einfach nur eine fette Ratte. Ich hab keine Ahnung. Ähm... So, wir brauchen immer noch einen Gürtel, einen Spiegel. Der Spiegel ist ganz schön kaputt, aber okay. Und Münzen. Die Münzen sind nicht hier drin. Ah, und die Shell brauchen wir noch. Das ist die Shell. Ist das der Gürtel? Nein. Das ist der Gürtel. Und Coins. Äh. Also es müssen ja dann mindestens zwei sein, oder? Ah, hier. Okay, so komplett in... Im Eck hab ich sie irgendwie nicht erwartet. Okay, wir haben dieses große Gefäß mitgenommen. Hooray. Okay, hier liegt ein Mosaikteil. Mit dem unten funkelten Schlüssel. Kommen wir im Moment aber nicht ran. Bedauerlich. Jetzt läuft der Dude immer vorweg. I don't get it. Cool. Hier fehlen Teile. Ähm, hier fehlt ein Schlüssel. Da fehlt so ein Sonnenteil. Okay, hier fehlen überall 300 Sachen. Wir kommen hier auf jeden Fall nicht weiter. Okay, dann kommt hier wahrscheinlich das Teil hin. Dann brauchen wir da aber noch eine Vase. Da fehlt auch ein Teil, das wir noch nicht haben. Liegt hier noch was rum? Nein. Lass mich raten. Alter. Warum fehlen hier überall 38 Sachen? Ich mag das nicht. Nein, ich... ...wollte schon hier bleiben. Es ist halt echt super viel. So, hier fehlt was. 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 Es sind halt schon sechs Baustellen. Hier ist zumindest eine Fackel. Sieben Baustellen, acht Baustellen, neun, zehn. Da lag gerade was am Boden. In welcher Szene? Ganz am Ende. Meinst du das Teil? Das kann ich nicht aufheben. Okay. Das wäre auch zu einfach. Mein, ist das blaue? Das hier. Auch das kann ich nicht aufheben. Das ist ein Stein. Was war das? Ach, das war so eine Fackel. Können wir die irgendwo entzünden? Brauche ich auch zwölf Sterne. Ja, aber ich konnte ihn trotzdem nicht mitnehmen. Aber wir können hier bestimmt die Fackel anmachen, oder? Nicht. Ist ja bedauerlich. Ja, ja, ich weiß, dass das fehlt. Können wir... Vielleicht muss die Fackel gar nicht brennen. Können wir die hier einsetzen? Natürlich. Natürlich. Genau so funktioniert es. Okay, irgendeine Ahnung, wo ich die Mosaik-Teile einsetzen kann. Hier offenbar nicht. Hier. Na. Ähm... Hm. Da auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Hier vielleicht? Nee, auch eher unwahrscheinlich. Aber hier sieht das auch nicht so aus. Nee. Tja... Tja... Haben wir noch irgendwo eine Fackel, die ich übersehen habe? Hier irgendwo eine Fackel? Nur eine Stunde? Du bist gespannt? Ja. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Das ist okay. Das ist wieder das Teil. Wenn wir noch eine sehen, sollten wir nicht lang fackeln. Auf jeden Fall. Okay, das ist irgendwie alles das Gleiche. Ja, blablabla. Hier ist noch ein Mosaik-Teil. Aber das hilft mir auch nicht weiter, solange ich nicht weiß, wo ich die Mosaik-Teile einsetzen muss. Können wir auch nicht graben oder so? Die gehören ja auch nicht hier hin, oder? Nee. Das ist alles das da. Hier können wir nur nach links gehen. Das ist nicht sehr aufschlussreich. Schnitzel-Hawaii-Mann-Flug. Auch ein bisschen geil. Was kann ich denn dafür? Ich bin meiner Pizza. Was hat meine Pizza mit deinem Hawaii-Schnitzel zu tun? Meine Pizza liegt vor allem in der Küche und wird gerade kalt. Sag mal, wo geht denn das hier weiter? Das kann doch nicht sein. Ja, verdammt. Irgendwer eine Ahnung, wo ich noch irgendwas übersehen haben könnte? Wieso? Okay, soviel dazu. Cool, hier ist die zweite Fackel. Dann gehen wir mal hier hin. Gehen wir mal hier hin. Packen die da hin. Und auf die Tür. Dadam. Dahinter verbirgt sich... Müll. Äh, war das nicht in Wirklichkeit hier vorne? Nee. Shit, wo war denn das? Was hier? Nee. Hier. Oh, wirklich? Wait, lass mich raten. Die dunkle müssen auf die dunkle und die helle auf die helle Seite. Ist es das? Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch doch. Huh, müssen wir das einfach spiegeln? Nee, kann gar nicht sein. Ähm, da könntest du hin. Hm. Oder auch nicht. Irgendwie glaube ich, das wird so nichts. Okay. Wir müssen die genau umgedreht hin, die schwarzen auf... Was ist denn das? Äh, using pieces from the right. Make sure to match colors. Light pieces on the light square. Okay. Also doch. Okay, vielleicht machen wir erstmal bei den dark squares weiter. Vielleicht komme ich da ja irgendwie weiter. Nope. Okay, vielleicht nehmen wir das einfach mal raus und packen das da hin. Wie wäre das denn? Dann packen wir das da hin, dann packen wir das da hin, dann packen wir das da hin, dann packen wir das da hin. So. Easy going. Dann packen wir dich genau hier hin. Dann packen wir dich hier hin, dann packen wir dich hier hin. Dann kommst du da hin, du kommst hier hin, du kommst hier hin. Fertig ist der Lack. So. Boah, ist das schön bunt. Achso, liegt er noch mehr auf dem Tisch? Nö. Okay, da liegt noch was. Das nehmen wir mit. Okay, aber mit dem Hook können wir jetzt ziemlich sicher den Schlüssel... Nee. Den Schlüssel hier angeln. Key to the Mansion. Das ist nicht das Teil hier, oder? Nein. Die Mansion ist ja schon, äh, hier. Für den Bergdorf haben die echt komplizierte Schlösser. Detektiv, das ist, das ist... Ich weiß, Jaden. Das ist die Geschichte von einer Mädchen. Calm down, Jaden. Let's check that room to the left. Yes, sir. Dammit. All right, forget it, Jaden. He was just a stray dog. I was just... And then all of a sudden... Why? What's the point? Ich weiß nicht, ich würde mir die Sachen gerne ang... Die Sachen würde ich mir gerne nicht angucken. Boah, shit. All right. Wir brauchen ein Kissen. Das ist nicht das. Das ist auch nicht das. Ähm... Nen... Wild? Also... Nen... Nen Hirsch oder Nen Reh. Ähm... Ne Holzbein. Okay, offenbar nicht das Holzbein vom Tisch. Ähm... Fireplace Poker, das ist schon mal das Teil. Code und ne Fellmütze. Code ist hier. I don't see it. Wir brauchen ein Kilt. Alter, ich sehe nichts auf dem Ding. Hier ist der Kilt. Ist das das Pillow? Ah, okay. Buried Beauty. Ähm... Okay, ich dachte schon, das wäre das Buried Beauty. Aber offenbar nicht. Schade eigentlich. Hey, das Mosaik-Teil. Ah, ne, das ist das Wooden-Lag. Ich dachte, das wäre ein Mosaik-Teil. Okay. Ich klicke mal random Sachen an. Ja, was brauchen wir denn überhaupt noch? Ne Farbpalette, die ist hier. Pins Ness? Was zur Hölle ist das? Ah, da ist das Deer. Ne Lampe. Die ist hier. Was zur Hölle ist das Teil? Oh, damn it. Okay, wir brauchen noch einen Stift und müssen da wahrscheinlich ein Bart dranmalen. Das wäre halt richtig bescheuert. Warum sollten wir das tun? Sind das dann nicht einfach Pinsels? Keine Ahnung. Hier ist der Vorhaut. Ne. Wenn wir ein Bild spielen, solltest du nicht nach Logik fragen. Doch, auf jeden Fall. Ich sehe das Problem nicht. Rechts auf dem Tisch das Teil? Nope. Nichts von den Dingen auf dem Tisch. Das ist, glaube ich, einfach so eine Mini-Kutsche. Irgendwie, was hier ist so ein Rad, da ist so ein Rad und das ist halt so. Ich habe halt null Ahnung, was das sein soll. Das hier ist es halt auch nicht. Google spuckt einen Zwicker aus. Okay. Also, mag gut sein. Also, ja, halt einfach nur so ein, ne, ich weiß schon, wie das aussieht. Ah, hier oben. Neben dem Engelarsch. Ich weiß auch nicht. Alles. Danke. Aber wenn du auch, na do, na do, na do, na do, na do, na do,